Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Enquete-Kommission wurde ja einberufen, um dieses Land resilienter zu machen. Resilienter und Vorbereitung für Krisen. Und die haben ein breites Spektrum. Jetzt kann diese Enquete-Kommission nicht alles abdenken, aber deshalb bin ich außerordentlich dankbar, dass die SPD diesen Antrag eingebracht hat. Weil sie doch in die Lage versetzt, einen Krisentrunk zu kanalisieren. Und was bedeutet eigentlich Resilienz? Das heißt, die physische und geistige Widerstandskraft vor aufkommenden Krisen zu kommen. Das heißt aber auch, dass ich Handlungsspielräume schaffe, aber vorher auch Handlungskontrolle habe. Und wenn ich so sehe, viele Punkte haben wir die Vorgängerregierung zu verantworten. Aber ich will jetzt nicht in die Vergangenheit schweifen, sondern tatsächlich dieses Land wieder auf die Spur bringen, die uns dann auch krisenfest macht. Und einen Mangel an Krisen hatten wir ja in letzter Zeit überhaupt nicht. Also wir stehen ja mitten in einer Krise und nicht nur in einer Bildungskrise, sondern tatsächlich auch in der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und eine Krise verfolgt ja die andere. Das heißt, wir haben Flutkatastrophen. Wir haben die Energiekrise, wir haben die Bildungskrise und wir haben eine gesellschaftliche Krise, die häufig äußerst negiert wird in diesem Land, weil sie nicht wahrgenommen werden will und jeder in seiner Ideologie verharrt. Und das sollten wir nicht tun als Parlament. Wir sollten uns diesen Herausforderungen stellen und diesen Ball aufnehmen, der uns jetzt die SPD ins Spielfeld hineinspielt. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, wie wir dieses Land, unser Land, das wir lieben und schätzen, resilienter machen und auf die Spur zurücksetzen, die in der Lage ist, uns wieder an die Spitze auch in der Welt zu bringen. Und da hilft es nichts, wenn wir zu juristischen Begründungen kommen und gegenseitig uns inhaltliche Vorwürfe machen, sondern ich nehme das Hauptziel, nämlich die Jugend wieder so zu entwickeln und wieder auf den Stand zu bringen, um im Wettbewerb der Weltgemeinschaft auch standzuhalten. Das ist unser Ziel und deshalb nochmals herzlichen Dank an die SPD-Fraktion, dass sie dieses Thema aufgehört haben. Wir werden das als AfD-Fraktion unterstützen. Vielen Dank. Applaus